August Zirner ist ein US-amerikanisch-österreichischer Schauspieler, der in über 120 Filmproduktionen mitgewirkt hat. Leben und Werk Zirner kam als einziges Kind österreichischer Emigranten jüdischen Glaubens in den Vereinigten Staaten zur Welt und besitzt deswegen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Zirners Urgroßvater Ludwig Zwieback führte unter dem Namen Ludwig Zwieback und Bruder während der K.U.K., Monarchie eines der bedeutendsten Wiener Bekleidungsgeschäfte. Zwiebacks Tochter Ella, Zirners Großmutter, erbte 1930 den wesentlichen Teil des Unternehmens. Die Familie wurde 1938 vom Naziregime enteignet. Als August Zirner 14 Jahre alt war, starb sein Vater. August Zirner lebt seit 1973 in Europa. In Wien besuchte er das Max-Reinhardt-Seminar. Nach dem Debüt am Volkstheater Wien folgten Engagements in Hannover, Wiesbaden und bei den Münchner Kammerspielen. Er wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in Café Europa von Franz Xaver Bogner, Homo Faber von Volker Schlöndorf, Stadtgespräch von Rainer Kaufmann, Winterkind von Margarete von Trotter, die Apothekerin von Rainer Kaufmann sowie die Fälscher von Stefan Rusowitski, der 2008 mit einem Oscar als bester fremdsprachiger Film prämiert wurde. Für den Film Wut bekam er 2006 den Grimme-Preis. Zirner trat 2009 als Flötist mit dem Spardosen-Terzett im Bühnenprogramm Diagnose – Jazz auf. Ab Mai 2011 war Zirner in Blind Date nach dem Film von Theo van Gogh am Schauspielhaus Graz in einer Inszenierung von Bernadette Sonnenbichler zu sehen. Seit 2011 steht er auf der Bühne des Residenztheaters München, seit 2015 spielt er Nathan den Waisen im Münchner Volkstheater in einer Inszenierung von Christian Stückel. August Zirner ist mit der Schauspielerin Katalin Sichmondi verheiratet und lebt in Prien am Chiemsee. Zwei der vier Kinder des Ehepaares sind ebenfalls Schauspieler – Johannes Zirner und Leo Zirner, Tochter Anna Zirner ist Regisseurin. Auszeichnungen 2006 – Besondere Anerkennung – durch die Deutsche Akademie der Darstellenden Künstler auf dem Fernsehfilmfestival Baden-Baden für das Produktionsteam von WUT.